ok für primates ok 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 sportet in der theorie muss die jahre in einem sein wir haben jetzt war hat sie so viel nachgeht irgendwie kämpf ich immer gegen mainz von meinen leute die die counter so mein charakter main wieso ist das immer so jedes mal ein bisschen laut niemals ein oder es andere und könnte schon wieder immer schon mal kopf war nicht mehr ich mache leiser und dann wird leiser und dann irgendwann kommt richtig schlagartiges richtig weiß also jetzt noch mal leiser komplett starkartig zum kurzen die The only true death is to never live. Oh, komm, 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 jawohl Ich meine, ich werde ihn hier verankern, aber Ich mache das ganz kennig, weil ich einfach nur will, dass das Respawn dann auf 0 ist, wenn ich es dann wirklich machen will Und weil ich einfach nur das Early-Game-Xp, größten Teil der Early-Game-Xp sowie ein bisschen Gold passiert Ich finde die Strategie ist eigentlich gut, weil dann komme ich direkt hier an, wenn die Krabbe, äh, wenn markiert wird Also wenn die Krabbe markiert wird, äh, ja Oh, fuck, ich bin dort Oh nice Die Krabbe hat gar nicht gemacht, komm mal das ist ein Nullsfeller Ah, der ist auch tot Jetzt komm ich wieder hier an mit Quarks wie ich spawnen Und dann kann ich mich hochjungeln, ich habe jetzt 3 Stacks Bodlein macht auch einen guten Job Dadurch, dass sie jetzt einfach nur Resetet hat, so dass sie jetzt so viel sind, kriege ich viel mehr XP dadurch, um dann wirklich viel Zeit verschwinden zu haben Das war der erste Aufnahmenversuch, ich gehe jetzt mitlein Der Bodlein Exter töten lassen Ja, so kann man es auch machen Der Ignite, na scheiße, Ignite war nicht schnell genug Das war eigentlich nicht so, wie es die KZ-Spotzeit ist Oder als nächstes So die Krabbe oder Webdust respawnen Beziehungsweise markiert werden Und da KZ-Spotzeit ist, habe ich Endlich jetzt gewonnen Ich habe meine 4 Stacks in der 5. Minute Der KZ-Spotzeit nicht markiert werden kann So und ich mache die Krabbe oder die SS respawnen Ja ich hätte früher kommen können ich muss jetzt rein ich mache mich schon mal ein chance wollen aber ich hoffe es war schnell genug ja mit ein paar Minions verlieren mit allen Minions verlieren oh mein gott das war so gut und ich habe die Trist Speed im Backgame-Zumom sie lieben und schreien und drehen und fliehen Ich kann den KZX locker wohnen Ich muss den KZX locker wohnen Ich bin jetzt einfach eine Stunde lang in Ruhe gelaufen Das war etwas Terribles von mir Ich kann den KZX locker wohnen Ich kann den KZX locker wohnen Ich bin eigentlich viel zu wenig dran dafür das zu helfen Ich müsste ein paar Objectives bald mal machen Ich hab viel zu wenig versucht dafür das zu helfen Ich hab beide Clitz bekommen Das ok ist Ich hab das so kack gespielt Ich hab den König verliebt Naja ich akzeptiere es Ich hab 3 Tauben gehört ich musste dann so an Base Jetzt Base und dann Die haben mir zugespielt weil ich Punkte weh gemacht Alles klar Ähm Ja Gute Ich geh zum Twang Und hol mir den Twang ab Danach Ich hab ihn verliebt Ich hab ihn verliebt Sollte Ich hab ihn nicht mit dem Kha'zix Das ist so beautiful. Gut. Ich schmelte den. Ich kann in K6-1-1-Fighten, das ist jetzt nicht das Problem. Obwohl es ja, dass er unsere Vision kaputt gemacht hat. Ersteckte nur die Schocken. Ich bin jetzt schon unten, der macht jetzt Crump. Jetzt! 11, 9, 8, 10. Ich kann jetzt fighten. Nicht Waffled, überhaupt nicht Waffled, nein. Gut. Ich bin jetzt hier und erinnert, wo ich noch nicht findest. Ich habe nicht das, was ich nicht and governments hinterlässt. Etwas, wo ich bin! Ich bin so einfach drauf. Ich bin so einfach, dass ich sie nicht noch versucht haben hier. Ich kann doch hin. so 55 ich spiel es jetzt über scheiß ich hätte vielleicht schlecht müssen dass er einfach full shot und gold bekommen hat ist dumm für mich ich guck mal ok so clean ist jetzt 1 zu 1 getraded oder die anderen kommen wird ja ja ich bin quasi von einem potzett wirst du wirst du wirst du wirst du wirst du wirst du die wird sterben jetzt ist nichts ging nichts weg und ich würde ich sollte ich mache ich wenn man so sagt ich kann ihn halt stehen er kann ihn nicht Was ist das? Oh lol Rapper 4p man Ich mach jetzt den Kauern mitlegen Fuck it Wer soll mich hindern Oh meine Wer soll mich hindern Ich sag's nochmal Wer soll mich hindern Dann nur Wer soll mich hindern Ah Das ist nur ein Bait Scheiße, Diana, Mann! Oh, warum muss der Flash schon? Oh, mein Gott! War ein bisschen Queedy von mir War Queedy, aber geil Scheiße, Scheiße, genau, Mann Mann, warum musste genau dann die Diana respawnen, Mann? Oh, das wäre so gut gewesen So, ihn mach ich als nächstes Von der Nase ist halt Beispiel Butter Also kann ich auf jeden Fall durchmelden Locker, ohne Probleme Ich bin jetzt schon eine Frau Ich bin jetzt schon eine Frau Schöne Ich bin ein Trapp Oh, das war die falsche Karte Oh, das war immerhin eine Karte Ich bin ganz ehrlich Die war noch außerhalb. Die war noch außerhalb. Bruder, was soll das? Das hat sich ausgezahlt. Was steht ihr? Weil sie hat halt 6-Ballon. Sie hat jetzt halt ihre 6-Ballon beschmutzt. Wo wollte ich gerade beschmutzt sagen? Benutzt. Nicht beschmutzt. Wobei sie hat eigentlich seit dem Beschmutzt. Ich springe in neue Assassin. Nein, was hat mich getötet? So. Oh Mann. Ähm, auf diese Markei? End. End. Schuldig, wir können jetzt einfach beenden. Piu. Ah, gutes Spiel. Report Kassigs, Mann. Ja. Leid, ist das Fenster verschoben? Warum ist das zu verschoben? Achso, schon der... Da war ja was. Ja, komm. Ja, ich habe wenigstens einen runter bekommen. Ich bin glücklich. hast muss damit ein bisschen mehr gemacht ich werde jetzt gesagt von wegen aber wir haben schweipel mädchen vierer primates sollen das wohl steht das war ja deutsch ich hätte mit deutsch mit denen können ups